Also gut, mein Resen ist leider capped. Ich habe komplett vergessen, dass es jetzt schon viertel vor acht ist. Ja, heute fange ich jetzt auch tatsächlich an mal mit Ayato Boss mit Trills. Ich habe schon gestern angefangen mit einem Domain-Durchlauf und seinen Talent mit Trills. Ich bin jetzt ein bisschen leiser, weil mein Bruder zuhause ist. Und ja. Also, ich werde dann heute Ayato Hotel mit Trills halt fahren. Ja, viermal den Boss. Hoffentlich zwölf Drops, aber es werden wahrscheinlich gar so acht oder neun. Genau. Ich habe vorhin so ein altes Spiel gezockt, das mein Bruder und ich früh auf dem Tablet von meiner Mutter gespielt haben, als ich noch in der Grundschule war. Und plötzlich ging die Zeit so schnell um, da war es schon viertel vor acht. Und ich habe es gar nicht bemerkt. Ja. Wurde von draußen. Würde ich aber auch sagen, wenn ich heute nur kurz runter. Oh, bitte bleibt. Oh, scheiße. Get in here. Big F. Wo ist eigentlich der Dunkelblaue? Autsch. Erschuldet. Aber meint, wenn ich Schaden nehme, dann lasse ich mich vielleicht auch von dem hier hin. Vielleicht noch nicht. Aber meint. Bist du wo? Da. Was macht er? Wow. Jetzt sehe ich, was er macht. Ich habe einen 45er Trit Ray. Ich glaube, hier spawnt einer. Oh, nein. Nicht ganz. Meine Entschuldigung. Ja, die werden den nicht erläutern. Hoffe ich. Okay, perfekt. Das ist auch das Friendship Team, wenn ich es richtig sehe. Zwei Friendship Character, keine anderen sind mehr vorhanden. Ja. Okay. Also gut, dann Schurli ist ein Triple Drop für Ayato. Ich habe noch 0, by the way. Oh, tatsächlich. Das heißt, ich muss tatsächlich durch den Boss sehr häufig killen. Ich brauche jetzt noch 43. Und 43 geteilt durch 3 ist aufgerundet. 18. Oder? Ne, Moment. Doch. Ne. Ich bin gerade um 15. 15. Das heißt, ich muss einen dritten Boss noch mindestens 15 mal killen. Und maximal, ja, theoretisch geteilt durch 2 wäre das 22 mal. Uh, das wird, das wird krass. Ich werde in der Woche ungefähr dran sitzen, bis mein Ayato fertig ist. Ein bisschen länger, theoretisch. Ich würde ja noch Resincent Helmetryls reinpacken müssen. Und auch noch in den Haran. Scheiße, ich habe vergessen. Der Haran ist auch der denn eigentlich. Auch dienstags und freitags. Oh, das ist ekelhaft. Oh, ich habe genau 17.173.000 Mora. Genau auf einen Tausender. Das sieht schön aus. Ja, äh, egal. Und wie viel von den Materials habe ich für Haran? Ich soll zumindest ein bisschen haben. Und der Haran, keine Ahnung, Haran sagt man immer, wegen dem Englischen. Also Englisch-Aussprachen, so. Moment, wo sind die überhaupt hier? Oh, fuck, ich habe fast gar nichts. Man braucht ja 5, 4, 14, 14, 6. Ja, ich habe wenig davon. Naja. Wobei man muss auch sagen, ich könnte Richard von Blackcliffe Longsword benutzen oder irgendeine andere Waffe auf ihm. Und das reicht erstmal. Und seine Ascensions sind wichtiger als seine Weapons. Ich meine, ich meine, was? Seine Talents sind wichtiger als seine Ascension. Ich meine, als seine Waffe. Weil die halt einen Faktor 2 machen, während ich mit dem 90er Blackcliffe vielleicht einen Unterschied von 30% erziele. Deshalb haben eigentlich seine Till Materials voran. Sein Schwert ist sowieso nicht so wichtig. Theoretisch ist ja auch der Missplitter nur minimal schlechter als sein Miss Signature. Was besonders traurig ist. Ich wollte hier eigentlich eine Idee machen. Ich habe komplett vergessen, weshalb ich hierher gekommen bin. Also dann. Was muss ich überhaupt machen? Die Daily, die hier ist. Kenne ich die überhaupt? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir welche sind als eine Daily, aber okay. Ich bin mir gar nicht sicher. Will ich hier vielleicht andere Gleiter geben? Ich glaube, die Hydroer passen gut zu ihr. Die sind nicht so... Ich habe das halt früher gemacht, weil die anderen, finde ich, sind auch scheiße. Ich finde, das ist auch nicht das wahre. Das ist auch nicht, das auch nicht. Das ist zumindest dunkelblau an der einen Hälfte. Das heißt, das passt besser. Warte, ja. Ich hatte ihr ja früher die Niasum gegeben, weil ich nicht wusste, was sonst noch passen würde. Niasum einfach gegen ihre Rücken. Aber ich suche die eigentlich nur nach außen, ich nach Rücken, also die ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss die nicht mehr wissen. Tate ist richtig! Warum ist mein Ping so trash? Mein Ping ist ja voll kacke. Ich habe keine Ahnung warum. Oh, scheiße, ich habe nicht gesehen. Ah, fuck. Gut, da muss ich ihn nochmal fragen. Ich habe auch so gesehen den wichtigen Part geskippt. Coffee Extract Milk Cream. Okay. Na dann. Okay. Nächste Daily ist hier. Ich glaube, ich mache heute wirklich nur kurz. Also, keine Ahnung, so eine halbe Stunde, denke ich. Reicht heute. Ich glaube, ich mache sogar hier ein Aya-To-Field Hydroplikation. Boah, verpasst mich trotzdem nicht. Schade, ja. Oh, oh, oh. Ich habe auch gefühlt, ich habe genau null I.N. Also, sie sammelt jetzt nicht so wirklich das Wahre. Oh, ich kann auch das hier machen. Ja, es ist eigentlich Mora. Okay, das ist ein interessanter Shot. Mal sehen, was ist das für einer? Ich meine, du hättest den Shot ein bisschen tiefer machen können, oder woanders hin. Hm, nice book, I mean fingernails. For real. Aber der Shot ist schon extra provokant gewesen. Offensichtlicherweise. Ich finde es auch geil, wie man einfach so die Panties von Ayaka sieht, wenn man eine normale Plunge Attack macht. Das war nicht mehr extra. Oh, fucking hell, das ist ja insane. Damit habe ich die Ideas erledigt und es geht hier wieder zu Catherine. Immer noch so geil zu wissen, dass ich jetzt diese Exploration-Teile nicht einzeln anklicken muss. Sondern, dass ich sie alle auf einmal mit einem Klick wieder absendet kann. Claim all. Dispatch again. Oh, wichtig. So wichtig. Serenity-Port. Oh. Kann wieder nachpflanzen. Oh. Oh, scheiße, ich habe schon lange nicht mehr die Runcrancy abgeholt. Ist schon fast voll. Okay. Friendship-Six-Dings-From-An-A? Nee, es wäre sowieso Seven. Hier ist immer noch das chinesische, warum auch nicht. Okay, die Teile kann ich mitnehmen und das mit Schwestern ausgeben, okay, das kommt ja noch. Dann gehe ich die Hydro Hypersace nochmal kennen, ich habe gehört man kann von hier auch rein, von oben. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch nie die Öffnung oben gesehen und ich bin auch noch nie von hier zur Hydro Hypersace gegangen. Das heißt, ich will mal nachschauen, wie es überhaupt funktioniert. Ah, falsche Richtung. Was willst du? Welche Richtung? Oh, falsche Richtung. Oh, he said you have me. Hier. Hier ist sogar ein Elektro Hypersace. Das kannte ich jetzt wirklich nicht. Cool. Oh. Oh. Das war viel zu früh. Ah. Oh. 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 Soh. Ich habe einen Challenge. Oh shit. Oh shit. Ja, aber dafür, dass es so ein Damage ist, das ist eigentlich mal so krack, weil sie eigentlich einen Halbweg geben können. Jetzt sofort so komisch ist. Meine Überschuldigung. Oh, scheiße, den kann ich nicht mehr dodge machen, ich weiß nicht warum. Halt die Lange! Dieser Leg Suite da. Äh, warum sind die jetzt nicht erschreckt gewesen? Normalerweise komme ich her und sie sind instant erschreckt, schon bevor ich mich überhaupt bewegen kann. Aber diesmal waren sie gar nicht, obwohl ich sogar Charakter noch zwischendrin switchen konnte. Das ist sehr random. Kann ich nicht theoretisch sogar von hier aus jetzt schauen, ob er noch Responsor... Ah ja, genau. Das ist sehr cool. Ist auch ein wichtiges Feature. Die Musik von Dawn Winery ist auch einfach so geil. Das war ganz herrlich. Man kann nichts sagen, aber immer wenn man hierher kommt einfach nur mal der Musik zuhört, ist man wieder komplett chill. Oh mein, weil er so schnell hier ist... Ah... 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 Und inzwischen respawnt. Ja, sehr schön. Oh fuck, ich kann mich nicht einfach hinterführen. Ich gehe jetzt einfach den Landweg. Ich weiß nicht welcher Weg schneller ist, aber ich finde jetzt mal so als Abwechslung immer den ich auf jeden Fall nicht. Ich hoffe von dort gibt es auch einen Eingang dann. Aber ja. Kann ich durchs Wasser? Ich kann einfach durch. Das ist cool. Ach so, doch ich kriege ihn. Scheint er nicht. Schade. Ah, close. So close. So close. So close. So close. So close. Ach so, die werden nicht immer in die gleiche Richtung schossen. So close. So close. So close. So close. So close. Fuck you, man. Das Game mag mich nicht. Ich brauche noch 41. Und vor allem müsste ich es noch 21 Mal machen, meine ich. 21 Mal. Juhu. Im Schnitt sollte ich eigentlich noch 5 Tage fertig sein, wenn ich 5 Tage... Wenn wir es in voll reinballern. Also 5 Tage mal, das ist ein reinballer, dann wäre ja theoretisch 5 mal 180. 8500 plus 400, 900. 900 durch 40 ist gleich wie 90 durch 4. Und sagen wir mal 88 durch 4, weil du kannst dann ein halbes noch, aber ein halbes kannst du ja nicht machen. Also 88 durch 4. Achso wie 44 durch 2 ist 22. Wenn du das 22 Mal machst und im Schnitt 2 drauf nicht erwartest, dann sind das, äh, ja 2,5 Mal, dann ist das 44, theoretisch. Plus 22. Ne, plus 11. 44 plus 11 macht 55. Ist jetzt nach 5 Tagen volles Reson reinballern, solltest du auf jeden Fall genug haben. Ich glaube selbst beim Minimum passt fast genug, genau, das ist die 44. Das ist eigentlich erwartet, Mann. Achso, das ist aber auch natürlich nur, wenn man davon ausgeht, dass man jeden Tag alle 180 reinballert, was man jetzt ja nicht macht. Ich mache ja nur 4 Mal pro Tag. Ist das okay, dann sind wir mal 4 Mal, 5 macht 20 Mal, 20 Mal, 2,5 sind auch eigentlich 50. Das heißt, theoretisch sollte ich nach 5 Tagen genug Materials haben. Morgen gehe ich dann selbstverständlich auf Talon Materials von Aya Tord, eventuell auch ein paar Pipeline Materials. Was das angeht, ich will hier Single Crown, entweder Single oder Double Crown, wo ich auch schon seine Signature sogar habe. Das heißt, ich brauche entweder 78, also, das ist ein normaler Text, entweder 78, nee 76 oder 60 von den Forsters, mindestens 60. Hm, ja, das wird lang dauern. Das wird sehr lang dauern. Mindestens 16 von denen. Äh, 60. Von denen brauche ich 42 und von denen brauche ich 9. Das wird lang dauern, also wirklich lang. Weil wie lange braucht er noch? Ah, eine halbe Minute, okay, da kann ich mir tatsächlich so viel machen. Oh, das ist ein Violet Grass. Nee, ist es nicht. Fuck. Wie viel Violet Grass habe ich? 251. Kann man die Teile anpflanzen? Moment, ich schau mal kurz nach. So, Kobe, moin, jojo, was geht, was geht? Willkommen im Stream. So, falls ich die Nachricht spät gelesen habe, ich habe es nicht gesehen. Okay, moin, wo ist das? Was ist hier eigentlich? Ich glaube es auch, das mache ich in der Freizeit vielleicht. Hier sind die Lyrics, nice. Die Sucht kickt gerade. Nice, I guess. Vielleicht auch nicht. Okay. Okay, ansonsten. Mail den Check-in-Rewort zweimal. Ja. Ich fühle mich so leicht, aber das ist mein Geldbeutel. Oh, das klingt nicht so gut, man. Kann ich hier die Seeds einsammeln? Das war einmal, ne? Danach habe ich wieder voll. Ja. Aber ist besser als nichts. Man kann leider nicht hier drauf landen, das ist voll unsatisfying. So, das ist, das ist so ne... Da ist so ein Dach drauf, da kann man gar nicht drauf, das ist voll scheiße. Oh, der ist schon so schlecht. Nein, das ist nicht okay. Du darfst doch nicht hin. Oh, sch**t. Ich muss mir einen Zeichentirbel anschaffen für Oz, aber kein Geld. Äh, ja, ich guess. Schade. Ja, du spielst Genshin, Oz und League. Komm, Schuldi, es ist ein Dreier. Ja, es ist ein Dreier. Das ist schlecht, das ist auch schlecht, aber gut, okay. Zumindest habe ich einen akzeptablen Drop bekommen. 3, 2, 2, 3. Ich habe 10 Stück. Juhu. Habe ich das hier erledigt? Hm. Scheiße, ich habe gar nicht alle Layla in Deposit Challenges gemacht. Heute ist es schon Samstag. Oh. Ich mache mal alle Layla in Deposit Challenges auf der Map. Aber League Pro muss... Ne, muss spielen ist nicht allzu viel. Zeichen aber gern, deswegen wäre es halt doppelt kontinuiert zu haben. Aber League Pro muss... Ja, gut. Understandable. Ein Game muss man ja wählen. Oder zwei. Wer weiß. Ich mache eigentlich nur ein Game. Das ist Genshin. Ab und... Ab und zu mal noch andere müssen mit rein, das stimmt schon. Geometry Dash. Geometry Dash ist, ja gut, ein bisschen mehr... Bei mir. Bei mir. Als... Als so manch anderer Game muss aber nicht wirklich gemischt. Der spiel ich auch sehr wenig. 1K Stunden. Achso, bei... Du spielst von dir selbst. Oh der. Na gut, dann... 1K Stunden sind eine Menge. Aber es geht. Ich habe einen Genshin nach 2 Jahren über 3 fast, denke ich. Ungefähr. Das ist so abgeschätzt. Geometry Dash. Ahm. Dann mache ich die Elemental Damage Bonus von der Waffe, oder? Wenn ich Hits mache. Ja. Ja gut, nur 400... In den letzten Monaten... In den letzten Monaten gefühlt... Ja gut, nur 400 aber, Heike. Die Extreme Demons müssen ne Grindel werden. Ja, du bist aber auch so ein Wider, der Extreme Demons echt spielt. Ich meine so... Wie viele Leute, die Geometryder spielen, haben echt niemals Extreme Demons richtig probiert. Aber ich bin so... Ich bin ein ganz normaler Casual. Ich spiel meinen Geometry Dash. So hier und da mal ein bisschen... Mach hier mal ein Insane Level, mach da mal ein Harder Level. Und das... Ich bin damit fein. Und wenn ich mal Bock drauf hab, ein bisschen länger zu spielen, dann ist ein Easy oder in Medium Demons drin. Aber du versuchst ein... Extreme Demons, Digga. Extreme Demons sind für die Leute, die Geometry Dash mainen. Und 400 Stunden in einer... In einer Woche sind... In einem Monat sind eigentlich komplett Insane. Äh, hab schon ein paar geschafft. Können wirklich Fun sein. Aber... Bin aber eher Bilder so. Oh, ja gut. Warte, wenn du eher ein Bilder bist, aber trotzdem Extreme Demons schaffst, Digga. Da musst du ja ein göttlicher Bilder sein. Das ist krass. Da fack, wo ist die Goldenein? Hier. Hab nur kein Leben. Ja. Sorry. Wobei, warum sag ich sorry? Die Image Dash ARC und MHV waren früher die einzigen Games, die ich gespielt habe. Ich hatte früher nur Minecraft und Image Dash und Dash Royale gespielt. Aber auch nicht alles zur gleichen Zeit immer. WTF, er hat den geschoben. Geil war's. Die können sich schieben. Oh, das ist lustig. Ich habe mir auch mal geblieben. Die Clans haben nochmal heruntergeladen. Ich glaube, das war von Jao oder so. Zwei noch während Corona vielleicht. Wer weiß. Bloons Tower Defense 5 früher im Browser. Oh, das habe ich noch nie gespielt. Also 5 habe ich noch nie gespielt. Bloons hatte ich auch früher nur zugeschaut. Bei GLP ein bisschen. War auch legendär, das glaube ich dir. Für mich ist es eher Castle Tower Defense. Das kennst du wahrscheinlich gar nicht. Das war 2015 oder so. Oder 2014, 2015 ungefähr. Da hat es mein Bruder durchgespielt. Aber es ist nicht mehr im App Store schon lange nicht mehr. Wir hatten es damals gesucht. Aber ich habe eine Website gefunden. Die offizielle davon. Da kannst du es immer noch herunterladen. Das ist geil. Das spiele ich auch nicht zurzeit ein bisschen. Na warte, du hast gesagt, Geomichi Dash 400 Stunden in einem Monat, ne? 400 Stunden in einem Monat, Digga. Das heißt... Ne, Moment. GLP Shower Based. Eigentlich nicht. Eigentlich bin ich gar kein GLP Shower. Ich habe damals nur ein bisschen Bloons geschaut. Geomichi Dash 2.2 ist ja auch raus. Nach 6 Jahren. Hat es nicht 7 Jahre gedauert, bis 2.1 draußen war? Wobei, ne, das kann nicht sein. Sind es wirklich 6 Jahre? Ich dachte, 2.1 hat länger gedauert. Eine Blase erzeugt seine Schuld, als ein Gewerker sie ihre Gems erzielt. Das wäre da auch, stimmt tatsächlich. Na, es sind 5,5 Jahre dann, nicht 6. Ah, ne, warte, länger, länger. 6,5, was da war ich? Nicht 5,5. Ja, genau, 6,5. Ein bisschen mehr sogar. 2.0. Au. Ja, was da habe ich? 1.9. Oh, shit. Ja, ne, irgendwie dachte ich, das war länger. 2.1 bis 2.2 war länger, als das Game, bis 2.1 existiert hat. Oh, das wusste ich gar nicht. Hehe. Ja, dann, my bad. Ich dachte mal, es war anders herum. Aber gut. War vor 3 Tagen endlich raus. Ja, ich habe es ja auch gespielt. So viel Content. Ich finde aber, er sollte einfach mal so kleine Updates nacheinander raushauen, als ein riesiges nach 10 Jahren gefühlt. Also, er hat ja auch tatsächlich ein halbes, dutzend Jahre dafür gebraucht. Also, ich glaube, das würde die Community viel mehr am Game passen. Also, die Community bleibt trotzdem am Game gefühlt. Egal was. Also, viele sind wahrscheinlich auch verkürtet, aber für diese Hardcore-Spieler. Keine Ahnung, wie hieß denn nochmal? Eric van... irgendwas? Der ist sehr bekannt, ne? Kennst du bestimmt. Das Content ist halt zu einem Meme geworden. E.V.W. Ah, ja, genau. E.V.W. Wie heißt der? Eigentlich. Eric van Wildermann. Ja, genau. Die kennt man ja. Der Brie ist sowieso noch drin. Im Game, egal was. Sieht ein bisschen anders aus, als ich in der Erinnerung habe. Wobei, nee. Vielleicht, weil er eigentlich nur seine normale Mütze aufhat. Keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie sieht das ein bisschen anders aus, als das hier. Oder das hier. Oder sowas. Äh, ich habe keine Ahnung. Ich meine, ja. Gut, nee, eigentlich seine Videos haben recht viele Videos. Im, ja, okay, es ist im Vergleich schon weniger. Es ist schon abgesungen. Idenno mag die ganzen großen YouTuber nicht. Ich habe es früher ein bisschen geschaut. Ich habe auch mal den geschaut, der so eine Story gemacht hat von denen. Aber der ist ein bisschen, also, so was mit dem ganzen Leben passiert ist. Oder die Geschichte von, von Bloodbath oder sowas. Das legendäre Demon-Level. Hast du Bloodbath geschafft? Ich weiß nicht, Bloodbath ist immer ehrenlos, aber Es ist ja nicht mal mehr auf der Liebe, was du hast. So, maybe, vielleicht hast du es ja gemacht. Das war es eigentlich. Ich meine, du wüsst dich doch... Ich überlege es mal, dann irgendwann zu machen. Aber du hast es noch nicht, ja gut. Ist nicht zu schwer für dich. Nicht? Ja, gut, scheiße. Aber mag das Level nicht so. Magst du nicht? Boah, ich mag das Level voll. Ich finde, das ist voll geil. Aber es ist sauschwer und ich kann kein Straightfly. Ich kann gleich zeigen, was ich meine. Okay. Ganz kurz. Also nicht lang. Ah, Moment. Ich mach's mal so. Kurz. Ich kapp 7%. Das ist ja ehrenlos. Ich kann's gar nicht. Na, fuck. Für mich ist es viel zu schwer, man. Na. Ich sag's so, ich kann viele kleine Stellen mal so ein bisschen... Aber ab hier, ab hier immer. Also hier sterbe ich immer. Das ist krass. Game Jodash ist einfach ehrenlos. Ich mein, Bloodbath ist wirklich... Das kann mich mal. So, fick dich. Will bis 2025 Cockmock machen. Bloodbath ist Nummer 379. Das ist schon lustig. Mein Hardest ist Dolos Fusion Sea. Dolos? What the fuck? Okay, sorry, man. Warte, ist Dolos aber höher oder tiefer? Als Bloodbath höher, oder? Dolos? 316. 319 stimmt nicht mal. Das ist 316. So eine Fusion Sea, 360 meine beiden Hardest. Das ist ja bodenlos, man. Ist alt. Wirklich? Na ja. Die Google Preview. Na, ist okay. Mal kurz nachschauen. Ich guck mal kurz nach. Dolos. Ich mach mal kurz schauen, wie's aussieht. Ah, ich hab mir mal ein Video dazu angeschaut. Boah, fuck, sorry. Was ist das? Ah. Ah. Nah, bro. Nah, bro. Was ist denn das? Also, ich bin übrigens voll scheiße mit Chip, aber ich glaub, das sieht man. Oh, gut. Schau dir lieber... Lieber... Witt an. Ja. Ja, ja, ja. Ich hab's mir schon mal angeschaut. Das ist ehrenlos, aber... Also, ich weiß... Ich kann mich erinnern, jetzt doch wieder. Ich hab mir mal ein Video dazu angeschaut. Ich hab das Ganze mir angeschaut. Ich will ganz kurz, ganz kurz... Komm, 3%. Surely sind 3% möglich. Ah, ich bin... Ich bin zu schlecht. Ich bin zu schlecht. Nee, das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Fusion Sea find ich vom Gameplay besser. Ja. Okay. Kann ich absolut nicht bewerten. Ich sag, mein Bestes war Supersonic 56. Aber das ist ja noch nicht mal der schwerste Part. Aber ich hab theoretisch jeden Part geschafft, mal. Von Supersonic. Also, ich könnte es schaffen, aber es ist halt einfach bodenlos. Ab 56 hab ich jeden Part auf jeden Fall schon mal geschafft. mit mindestens 20% anhängend, mal nacheinander. Aber... Na, das ist mir zu schwer. Kann ich nicht. Geschweiz... Und... Und Supersonic X ist, glaube ich, sogar eines der einfachsten... Extreme... Äh, ich meine, Insane Demons kann es sein. Bestes Level der Nahrzeit mal. Welches meinst du? Schwierig ist hier. Boah. Nexus hat es geschafft. Stark. Welche Schwierigkeit ist Supersonic mit mir? Ah, ja genau, in 10. Also, das ist... Von mir aus kannst du auch sagen, es ist unter deinem Schwierigkeitsgrad. Ist zu... Ist zu leicht. Warte, was hat mein... Wie... Wie wenig zieht denn das vom Shield ab? Was ist das denn? Ist das nur, weil er so gegen die Zelle ist? Ist das ja ab oben drauf. Ich darf jetzt auch gar nicht dort schon in Reihacker, sonst mach ich wieder Prior Damage. Naja, die Viechermann sind so kein Schaden. Ich spiele keine Insanes bis auf Prestige. Wenn ich Fun Demons spiele, äh, Fun Demons will, spiele ich Hard Demons. Wenn ich das schwer... Wenn ich was schweres will, kann ich gleich Extremes spielen, you know? Da ja, da ist er wieder abgehoben. Fucking, ha, das kann nicht sein. Selbst fucking... Selbst fucking A&R sagt, ey, wenn ich was... Da ich das spielen will, mach ich ein, zwei Easy-und-Medium-Themes. Du gehst gleich zu Hard Demons, so ab oben, das Stück Scheiße. Was ist das denn? Ich hasse dich. Oder wie heißt der A&R? Oder sowas? Eine Blade erhebt seine Schuld, als ein Jeweller sie ihre Gäste. Doch, A&R tatsächlich. Ich bin in Medium Demons irgendwie einfach nur inconsistent und es nervt, deswegen spiele ich die nicht wirklich. Ah, ja, sorry. A&R ist auch größer als früher. Ich kann mich noch erinnern, als ich den geschaut hatte, war er 76.000. War natürlich sehr gewahr, sonst ist es schon ein bisschen länger her. Bro. Ist halt schon ein bisschen länger als auf YouTube auch. Der ist aber auch voll gut, oder? Popular. Auch hier, finde ich, hat er sich ein bisschen verändert. Ich weiß nicht. Ist das die Brille? Be Red Bag, alles klar. Okay, nee, also das macht mich so auch noch einmal ganz kurz. Ich will die 3%, ich will die 3% haben. Scheiße. Ah. Okay, das ist ja Traum, ja. Oh. Oh, shit. Fuck you, bro. Ja, ich bin eigentlich mit allem scheiße, muss ich auch ehrlich sagen. Nicht nur mit Chip. Haha. Ah. Na, bro. Weg damit. Schütten wir es mit S. Ja, ich bin einfach noch behindert. Es ist ein... XL. Ich bin so scheiße. What? Ach, du musst diesen Blue-Ore-Blade hitten. Oh, fuck. Oh, shit. Ja, gut, das ist ein Extreme-Klimb hier. Ich hitte den viel zu früh. Das Gaston, alter. Ja, nee. Genau, fuck it. Beziehungsweise ich gehe in. Ich mach's so. Ah, fuck. Ich mach's so. Wieder da. Jojo. Jojo. Wasakobi, welche in welche Klasse besitzt ihr? Du bist nicht Kursstufe schon auch? Oder Jahrgangsstufe? Ja, gut. Vielleicht. Wer weiß. Bro, ich lerne nicht. Ich kann's einfach. What the fuck? Das klingt unverschämt. Was ich nicht kann, wird abgewählt. Naja, es gibt einen Unterschied. Guck mal, in der Kursstufe kannst du ja nicht einfach... Ah ja, ich kann's halt einfach. Und deshalb muss ich nichts machen. Ich muss das nicht. Es sei denn, du bist so ein Obergenius. Wieso der eine Typ bei uns? Also es gibt einen bei uns, der ist insane schlau. Der hat auch einfach das abgewählt, was er nicht kann. Außer Deutsch, das kannst du ja nicht abwählen. Das kann er trotzdem. Und dann kannst du halt einfach ohne lernen, immer noch auf Bescheiden zu machen. Oh, die Kinder sind jetzt! Ich... das kaltete... Okay. Keine Ahnung, Bro. Wenn die Grundkurse sind ein Witz... Mh... das ist dir ganz sicher. Als ob du in Geschichte nichts lernen musst. Oder ist das bei euch? Ihr müsst keine Jahreszahlen auswendig kennen. Wir müssen teilweise Daten auswendig kennen. Geschichte abgewählt. Man kann bei euch Geschichte abwählen. Bei uns ist es anrechnungspflichtig. Wir müssen es haben und können es nicht mal durch einen anderen Kurs rausstreichen lassen. Es ist anrechnungspflichtig für vier Halbjahre. Das ist der Grund, dass mein erstes Halbjahreszeugnis Trash sein wird. Digga, das ist ja bodenlos. Was hast du denn für eine scheiß Schule? Dass es erlaubt ist. So Digga, wenn es gewährt ist möglich, dann hätte ich das auch schon links weggepackt. Nordrhein-Westfalen. Ah, fuck you. Baden-Württemberg Trash, Alter. Ich glaube, man sagt nicht ohne Grund, dass es eines der schwersten Abiturs ist. Zum Beispiel Bayern. Und Bayern hat das schwerste Abitur, glaube ich, in Deutschland. Und danach kommt Baden-Württemberg oder so ein Scheiß und Berlin ist im Vergleich saueinfach, habe ich auch gehört. Das ist auch irgendwie voll der Witz. Du sollst dich mit einem... Zum Beispiel es gibt NCs und du sollst dich dann irgendwo bewerben. Dann kann es aber trotzdem sein CEO mehr. Trust. Easy. Bei uns ist es halt einfach... So, was wenn es zum Beispiel ist, so jemand in Bayern hat ein viel schwereres Abitur und hat deshalb einen schlechteren Schritt als jemand in Berlin. Und da hat sozusagen... Der Bremen-Berlin hat irgendwie 1,0 und kann sein Medizinerstudium machen. Weil er hat das NC vollständig erfüllt. Aber der aus Bayern nicht, weil er 1,4 hat. Aber der ist jetzt 1,4 in Bayern. Zum Beispiel viel mehr wert als 1,0. In Berlin? So was soll das? Sehr viel behindert. Ja, mit der 1,4 verkackst du Abi aber nicht. So 31. Du bist doch, der aussieht wie einer von den Simpsons, oder? Digga. WTF? Was ist das? Was ist das für eine Aussage, man? Holy shit. Wie random auch noch. Nick. Es ist Nick, der kennt mich. Ich bin ja Chineser. Und man sagt, ja, Chineser haben gelbe Haut, deshalb Simpsons. Aber es ist trotzdem so random. Alter. Das ist unfassbar. Vor allem, ich... Es gibt schon Chinesen mit gelber Haut, aber jetzt mal ganz ehrlich, wirklich, dieses Gelb, das gibt's kaum. Ich kenn einen, aber... Digga, ich bin mehr rot als gelb. Also, jetzt mal ganz ehrlich. Nick, du weißt doch, wie ich aussehe. Jetzt bewerten wir meine Hautfarbe. Du kannst nicht sagen, dass es gelb ist, actually. Weil sonst siehst du fucking aus wie irgendwie eine Tomate, wenn ich gelb bin. Bewertet mal... Bewertet mal meine Hautfarbe, Rassismus 2023. Sorry. Herr, aber hau mal raus, was hast du für Fächer, dann... Das interessiert mich jetzt hart. Du sagst, für die Kursstufe lernst du nicht. Wirklich? Es gibt schon Leute, die das machen, aber... Entweder das sind die absoluten Obergeniusse... Davon gibt's einen bei uns. Oder das sind halt einfach die, die am Ende sowieso nicht durchkommen. Warum können die Schwarzen keine Schneemänner sein? Was? Digga, ne, das ist einfach random. Schreibst du da nur so Scheiße rein? Hallo, Momeli, yo, yo. Was geht? Willkommen im Stream. Was hast du denn für... Du hast LK oder Leistungskurs... Informatik? Was ist denn sonst noch? Sodass du wirklich nicht lernen musst und vor allem wie so... So, Bro, schreib dir nicht über eine Deutschlektüre, als ob du dann nicht über die... Als ob du nicht lernst für die Deutschlektüre. Erklär mir die neue Waffe, wie viel Damage kann man boosten und wie... Und ich hab das Gefühl, die ist OP. Die vom Event, by the way. Die vom Event ist nicht so stark. Die ist nicht so gut. Könnt ihr aber schon... Eine Recharge-Base-Attack. Relativ hohe Base-Attack für einen 4-Star zumindest. Melusistenz-Attack increased by 12%. That's not all. Digga, was ist das für eine Beschreibung? That's not all. Support from all Melusines you've had in Marussia Village fills you with strength based on the attack number of them you've helped. Your attack is increased by up to an additional 12%. Kein Plan, wie's gerechnet werden soll. Aber ich hab sowieso alle World-Quizzes gemacht, Melusines, also würde ich alle bekommen. Das heißt, du bekommst bis zu 48% Attack. Du kriegst 6,6%. Ich hab keine Ahnung, was du auf Level 90 bekommst. Objektiv ist weiß, die beste Haut... Objektiv ist weiß, die beste Hautfarbe, sagt... Dings. Nick, okay. Bro, die Lektüre habe ich im Mathe-Unterricht vor der Klausur komplett gelesen. Kein Witz. Bro, welche Lektüre lest ihr, dass man es in einer Schulstunde oder zwei durchlesen kann? Year of C1. Das ist mega OP, oder? Wojczek. Liest du Wojczek? Das hat bei uns der Deutsch vorgemacht. Die haben am Montag geschrieben. Diesen Montag. Ich hab keine Ahnung, was da abgeht. Aber ja, gut. Bro, fucking hell, Wojczek ist doch voll lang. No? Bojczek... Sightenzahl. Ah, ne, 95. Nevermind, ich hab nie was gesagt, naja, gut, okay. Aber trotzdem... Heart of Heart, Jugend, Tum, Tod, Religion. Was? Woizek ist mir näher gut. Kann ich die Quest von denen immer machen oder nur während dem Event? Und wenn ja, zeig wo. Naja, Marussia Village ist doch dieser Scheiß hier. Warte. Guck. Das ist der Kack. Das sind die World Quests. Die gibt's die ganze Zeit. Das heißt einfach nur, wie viel du gemacht haben musst. Also ob du die World Quests gemacht hast oder nicht. Das heißt, ich hab die schon zum Beispiel gemacht. Ich hab das Event nicht mehr angefangen. Aber ich hätte theoretisch volle Stacks. Denke ich. Hoffe ich. Das heißt, ich würde 48% Attack bekommen auf... Ach man, wie heißt die Waffe nochmal? Ja, das klingt immer was für Navia. Es wäre usable, aber es ist nicht so gut. Ich sag's ganz ehrlich. Wenn ich's richtig sehe, ist Wolf's Greystone besser. Und theoretisch auch Redhorn Thresher. Stone Thresher. Also die Waffe ziemlich stark, oder? Man kann sie fünfmal bekommen. Brobin Low Spender. Wie sehe ich aus? Why? Was? Ich mein, warte, du kannst fünf bekommen. Nee, du kriegst die R5. Du kriegst nicht fünf. Wolf Shit. Ich hab ihn von... Ich hab ihn wie ein Amazon-Paket eingeboxt. Digga, Nick schreibt... Ich weiß nicht, mit wem er in dem Call ist, aber bestimmt ist da irgendwie so, die bereden hier so, die ist irgendeine Scheiße, die ich hier reinschreiben soll, die komplett behindert ist. Aber gut. Du bist Low Spender, wie siehst du aus? Ich hab keine Ahnung. Ich hab auch Wolf's Greystone, obwohl ich Free-to-Play bin, also wer weiß. Vielleicht hast du auch offenbar einen Banner 50-50 verloren oder so'n Scheiß. Das kann ja gut sein. Nun sollte ich eher den Wolf-Ding benutzen, weil es mehr Attack hat. Du kriegst davon 70% Attack und bei einer höheren Base Attack. Ja, hab eine Skyward Spine. Skyward Spine ist nicht mal ein Clay Mord, das weißt du. Und eine Armour-Spie. Ja gut, okay, du weißt genau, was du meinst. Ich dachte, du meinst vielleicht Skyward Pride. Energy Recharge, Space Attack. Wie heißt es? Ultimate Overlords, Mega Magics. Oh, shut the fuck up. Was ist das für ein Name? So fucking hell. Okay, ich schau's mir kurz an. Was sagt das Ding? 565 Base Attack. 30,6% ER. Aber wenn du das Ding auf 5 verfeinern kannst, ist es viel besser, oder? Es geht darum, die Afrikaner in dem Mittelmeer abzufangen. Okay, sorry. Mehr gab das Waffenbanner nicht. Ja, mein Waffenbanner hat mir damals auch wunderschöne Skyward Spine. Ich hab zwei Skyward Spine. Alter, fuck you. Bro. Der hat mir auch mal Primordial gegeben und Gravestone. Wobei die sind, glaube ich, vom Standard Banner. Ich glaub, nur eine Skyward Spine hab ich vom Waffenbanner. Die ist vom Standard, der ist vom Standard und der ist auch vom Standard. Das Waffenbanner ist ein Scam. Absolut nicht. Bro, ich bin nicht geistig. Also Skyward Spine ist zumindest noch besser als Isshin Blade. Ich wäre bereit, dir einen 35-fachen Kieferbuch zu bescheren. Nein, danke. Neck, nein. Mach jetzt nicht auf deinen kleinen Bruder. Also was ist jetzt mit der neuen Waffe auf Verfeinerung 5? Auf Verfeinerung 5. Moment, lass mich mal nachdenken. Da müsste ich nachrechnen. Dann geh ich noch kurz auf Navia. Bro, what the fuck? Wie hab ich... What? Ist nicht mal das erste Ergebnis, geil. Ist feierlich. Fick dich, Navia. Schlecht. Skill issue. Schieb sie Passive den Arsch rauf. Passive. Na warte, Passive ist noch irgendwo ehrenhaft. Sie gibt dir viele Chests, ganz ehrlich. Ich mag Navia. Okay. Okay. Er erläutert... Er... Erhärtet dein Penis beim Anblick dieser Waffe? Nein. Die ist so scheiße. Bah. Momili sagt ja. Oh Gott. Lass mich mal nachdenken. Es könnte sein, wenn mein Bruder hochkommt, dass ich mich dann mute, ne? Aber mal schauen. Es kriegt Crit Damage. Das heißt, der Tag kriegt dadurch ein bisschen mehr Value. Mein Penis ist die Waffe, okay. Ich muss mal nachdenken, wie viel Base-Attack hat sie auf Level 90351. Lass mal kurz ausrechnen. das ist erst mal ihre Base-Attack. So, und... Das ist mit Wolf's Greystone. Feind Chinesen Weihnachten. Feind Chinesen Weihnachten? Ne. Bist du Chinese? Theoretisch Feind Chinesen kein Weihnachten, nein. Gut, das jetzt mal 1,69 oder so'n Scheiß. Und gleich muss man über so'n... In ihrem Set kriegt sie bloß 15%, ne? 15% Attack plus... Oh fuck, ich bin behindert. Sorry. Hier, also 1 plus, das ist ja der Stat von der Waffe, das ist nochmal die Passive, oder der Effekt, das ist, sagen wir mal, von Two-Piece plus nochmal Substats, sagen wir mal, du kriegst 20% Substats. Hast soviel Base-Attack. Ich mein, soviel Attack. Und dann kriegst du hier nochmal plus 311 durch die Feder, das ist Wolf's Gravestone. Die Waffe gibt dir 48%, plus 15% vom Effekt, plus... ...nochmal ungefähr das hier. Ähm, du kriegst aber noch ER. Ne, dein Penis ist ein 2cm Nahkampfstachel. Was? Bloß macht der jetzt wieder ein neues Event, bestes ever, der Shooter. Ne, dein Penis. Ist ein 2cm Nahkampfstachel. Egal, ich hab keinen Plan, was jetzt gerade mit Dings los ist, aber okay. Hm. Ja, also man kann halt das hier mehr oder weniger vernachlässigen, diese 40% Mehr-Attack. Man könnte es noch mit eingerechnen, sagen wir mal, im Schnitt kriegst du nochmal plus 10%. Das ist fair, weil theoretisch kann das auch noch ein bisschen einzählen. Ich mein, jetzt machen wir mal B geteilt durch A. Wolf's Gravestone gibt dir im Schnitt mit 19% Mehr-Attack ungefähr, also wenn du 20% Attack durch Sub-Stats hast, halt, und dann halt das hier Signature-Set gibst. Special-Attack-Freudiger Spritzer. Okay. Was durfte ich sehen? Ne. Alter, das kann nicht sein. Das kann wirklich nicht sein. Ich denk mal, die Waffe ist nicht schlecht auf Navia. Ich mein, generell, wenn ein neuer Charakter rauskommt und ein Event irgendeine Waffe bringt, dann ist das ja meistens sozusagen eine Free-to-Play-Option für diesen Charakter. Du hast ja auch zum Beispiel diese Waffe hier bekommen. Und die ist ja auch für Nivell-Edge, wenn man sich das hier anschaut, aber sie ist deutlich schlechter als die Signature. Jetzt kann ich's natürlich noch mit der Signature vergleichen. So, mal. Navia Signature Weapon, ich hab keine Ahnung, wie heißt es hier. Also, es heißt, befürdigt. Okay. 674, das ist ne Menge. Und du kriegst Crit Rate, okay. Okay. 1 plus, ja okay, 0,1, 5 plus, 0,2, das ist das einzige, was wir jetzt erst mal draufrechnen. Plus 311. Was ist ihre Passive? Ah, falsch. Increase the Tag by 20, okay, mein Charakter blablabla. Managed Skill Damage. Ich mein, ihr Skill ist ja auch ihr Main-Kit, der Main-Damage von ihrem Kit. 36%, okay, das ist ne Menge und dann sagen wir nochmal plus 0,2. Ah, ich hab vergessen. Du hast ja noch ne Tag Sense, idealerweise. Bzw. Du wirst immer eins haben, sonst ist es deutlich schlechter. Ja. Ja. Ja, okay, Wolf's Gravestone gibt dir ein bisschen viel Attack, du hast dann sau viel Attack. Hm. Hier hast du auch viel Attack, aber weniger. Die Waffe gibt dir mehr Attack. Man muss wissen, du kriegst noch 2 davon Crit Rate. Also ist die Event-Waffe besser nochmal was? Ist die Event-Waffe besser als Wolf's Gravestone? Nein. Ich glaub nicht. Du kriegst Energy Recharge, was auf jeden Fall sehr hilft. Wenn du die Energy Recharge brauchst, dann hilft es dir auf jeden Fall. Für deine Rotation, wenn du die Energy Recharge nicht brauchst, dann ist die Waffe auf jeden Fall schlechter. Dann kannst du sehen, dass du viel weniger Schaden machst hier. Also 16% mehr Schaden oder fast 17% mehr Schaden würdest du mit Wolf's Gravestone machen. Aber die Waffe ist nicht kacke, sagen wir mal. Mach mal Reaction auf. Ja, egal, ob ich so dumm bin. Als ob ich so geistig behindert bin, Mann. Egal, ich sag mal Monomedi, die Waffe ist in Ordnung. Sie ist auf jeden Fall usable. Die Event-Waffen sind immer extra dafür ausgeschnitten. Dafür, dass sie für den Charakter okay sind. Und das ist dann sozusagen immer so diese Base-Sache. Zum Beispiel damals gab es ja auch das Fischl-Event. Und guess what? Die Fischl-Waffe damals war auch für Fischl. Auch wenn es nicht die beste ist. Oder warte, nee, doch nicht. Festering-Design. Nee, nevermind. Ich glaube aber scheiße, sorry. Sorry, nevermind. Aber mit dem Verweis halt eben auf diese Waffe. Also die ist ja auch in Ordnung auf ne Villette, aber nicht so gut. Ja, ich würde halt sagen, die Event-Waffe ist nicht schlecht. Ach, wir können auch hier auch was schauen. Theoretisch ist Navias Waffe, du kriegst halt noch auf ihrem, auf jeden Fall zumindest. Das Ganze hier nochmal. Mal 1,36 theoretisch. Das ist jetzt halt nur noch die Attack. Und dann kriegst du theoretisch noch die Crit-Stats, die geteilt durch A. Genau. Und dann kriegst du noch Crit-Stats, sagen wir mal das nochmal mal 1,2, weil du halt Crit-Rate bekommst. Ich glaube der Faktor wird noch größer. Wobei ich hab keine Ahnung. Ja, vielleicht ist auch ein bisschen hochgerechnet jetzt das Ganze, aber man muss halt wirklich sagen. Zum Beispiel ihre Signature ist viel, viel besser auf Navia ansonsten. Matze würde Reaktion auffeiern. Willst du eine Runde TCG? Willst du Backshots? Nein. Nein. Ich will kein TCG. Und ich will keine Backshots. Naja. Also Navias Waffe ist auf jeden Fall. Also das ist jetzt, ich gehe vom Skill-Damage aus natürlich. Sie macht noch Normal-Attack-Damage und sie macht auch Dings-Damage. Das heißt, overall kann man sagen. Okay. Zumindest auf ihrem Skill macht sie so viel mehr Schaden, du kriegst noch Crit-Rate drauf. Das heißt, sagen wir mal 1,15 glaube ich wäre fair, wenn wir sagen, die Crit-Rate wäre eingezählt, aber sagen wir mal, ihr Skill macht nur ungefähr 60% ihres Overall-Damages aus. Okay. Ne. Macht's nicht. Oh fuck. Was mache ich? Hä? Hhh. Hm. Ich weiß nicht, ob diese Rechnung jetzt überhaupt noch stimmen kann, aber... aber ich denke mal so rein abgeschätzt ungefähr ist die signature zum beispiel um 30 prozent besser denke ich denke ich als die event waffe kommen wir an eine runde tcg nein ich mache kein tcg und das andere wäre hier ja und ansonsten werden wir nicht auf energy recharge gehen sind wulfs gravestone und links sehr ähnlich die event waffe und wulfs gravestone sind ja beide nur weapons die attack geben base attack und attack und wenn wir so ungefähr diese allgemeinen stats anschauen dann abgesehen von er welches halt noch die signature gibt was natürlich ich meine die event waffe gibt gay okay sorry so abgesehen von der er wenn du es jetzt nicht brauchst auf navia ist wolfs gravestone auch noch mal 16 prozent besser ungefähr das ist natürlich sehr sehr abhängig von allem man könnte noch sagen wenn man es bände drin hat ist die attack difference noch geringer dann wäre das hier wahrscheinlich immer noch bei 30 vielleicht ein bisschen mehr und hier wäre der unterschied dann vielleicht noch zehn prozent aber ja die ja was soll ich sagen ich habe schon gesagt die event waffe ist in ordnung auf navia das ist halt einfach nicht der erste pick wenn du was besseres hast es ist schlechter als andere auf jeden fall aber es ist decent ich weiß nicht ob hat sarx? sarx hat ein navia guide rausgebracht wir können immer mal schauen ja genau hier sagt er auch es ist in ordnung was sagt was sagt er was sagt er was sagt er ja ja also er sagt es ja auch wenn du die energy recharge brauchst ist es eine gute free to play option aber ansonsten ist es nicht unbedingt der erste pick ja wenn man es nicht braucht dann ist die waffe wahrscheinlich besser weil du mehr attack bekommst ja kann man benutzen aber ich würde das jetzt mal nicht machen ich denke mal das hier ist eine gute referenz man kann es hier mal anschauen hier das ist der referenzwert ja ich habe sogar fast schon gesagt das ist ja der referenzwert den man nehmen wird gut ich habe ein bisschen nicht verrechnet vielleicht stimmt das doch nicht mit den zahlen her von den zahlen her aber auf jeden fall gut okay das ist natürlich besser scheiße ich bin ja fett daneben ich bin ja dick daneben von dem was was dings ausgerechnet hat wer die aktiv in der ost erweiterung teilnehmen der gehalt die fresse mann verdict ist schon deutlich besser beacon die unforged wolfs gravestone ist auch deutlich besser scheinbar naja ist gar nicht mehr so viel besser 102 r 2 prozent ok gut ne actually die war es in ordnung die ist schon decent aber sie ist auf jeden fall deutlich schlechter als andere optionen eventuell sacrificial great sword r5 wenn du jedes mal procs talking stick r5 aber die kriegst du halt auch r5 das muss man auch sagen serpent spine kannst du dir holen und ist sehr stark aber dafür brauchst du alle fünf stacks dass es überhaupt nutzbar wird und das ist sehr sehr unangenehm skyward pride ist scheinbar auch besser ok ich sag so wie es ist ultimate overlords mega magic sword kannst benutzen kannst du benutzen auf jeden fall ist nicht schlecht aber wenn du eine der anderen option hast du es natürlich besser musst du dafür haben und ich weiß nicht ich glaube du hast keine was von mir angeht ich habe schon viel zu lang über das hier mal gesprochen ich glaube erst nicht mal wer da schade 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 ansonsten ich glaube das reicht vorhin ne ich habe ich habe alles gemacht was ich machen muss denke ich ja es gibt nichts weiteres ansonsten äh gut das war was schönen abend noch und dann ja äh ciao ciao sakobi und momeli und ich glaube ich gehe jetzt dann gleich in call mit weg und werde ihn fragen stellen euch wenn род euch ich euch